Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Julikals, MLB-Rookie, Beoboing, Mischka-RPG und der Koali. Teil 11, Götterwelt, der zweite Teil. Mit Julikals, Pöller-RPG, MLB-Rookie und Mischka-RPG. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe neulich in Aventurien. Wir sind heute beim zweiten Teil der Götterwelt. Heute Abend wieder mit dabei einmal als qualifiziertes Podcast-Personal, nenne ich es mal, die gute Julikals. Hallo. Ebenso mit dabei, nicht minder qualifiziert, der MLB-Rookie. Und last but not least den Experten vom Fach, den Pölle. Guten Abend. Als eurer Host darf ich der Mischka heute fungieren. Das letzte Mal haben wir ja so ein bisschen, ich sag mal, an der Grundstruktur rumtheoretisiert. Heute wollen wir mal wirklich an die praktischen Aspekte drangehen. Was bringen uns die Götter im Spiel, schwarze Auge, oder was bringen die Götter dem Kontinent Aventurien und dessen Bewohnern? Das heißt, wie kann man dieses Thema konkret nutzen, um seine Spielwelt zu verbunden, um mal neue kaputte deutsche Wörter zu nutzen oder zu erfinden, wie dem auch sei. Also bunter zu gestalten. Schießt einfach mal los. Wer hat da Ideen? Ladies first. Ja, Götter. Zwölfe an der Zahl gibt's, plus ein Haufen. Also wir haben ja schon letztes Mal festgestellt, dass den Glauben auszuspielen, ob nun als Geweihter oder einfach als nur ein gläubiger Aventurier, dem Charakter einfach Tiefe verleiht und die auszuspielen oder einfach sich mehr einzubringen als, ich bete zu Gott, zu Fex, Fex sei mit mir, dann doch etwas sowohl mehr Immersion als auch Charaktertiefe mit einbringen kann. Und definitiv sind wir ja hier beim Thema mehr in Richtung immersives Spiel, denn Tabletop-Rolling. Von daher denke ich, dass der sowohl der Götterbereich, wenn man ihn entsprechend ausspielt mit konkreten Dingen, als auch zum Beispiel Magier, was jetzt ein eigener Bereich für sich wäre, einem viel, viel bringen kann, aber gleichzeitig auch ein bisschen Wissen erfordert und auch vielleicht ein bisschen Übung. Vielleicht ganz kurz für die, die heute das erste Mal in den Podcast reinhören und die auch neu generell im Thema Rollenspiel oder DSA sind, unter immersivem Spiel in zwei Sätzen verstehen wir was? Ich grätsche mal rein. Also zum einen hört euch einfach unsere Podcast-Folge zu Immersion im Rollenspiel an. Gibt's zwei Ausgaben dazu, dann wisst ihr wirklich alles darüber. Zum anderen ganz kurz, das ist einfach das Spielerlebnis. Könnte man jetzt in verschiedene Bereiche gliedern, aber es ist das Spielerlebnis, das, was im Kopf entsteht, die Vorstellung, die Geschichte, die geschrieben wird und was im Kopf passiert während des Spiels. Ich glaube, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass sich diese Folgen, die wir hier gerade abdrehen, nicht exklusiv, nicht ausschließlich an Gläubige richtet. Von daher kann man, glaube ich, ganz nüchtern einfach sagen, dass dieses Thema, mit dem wir uns heute hier befassen wollen, einfach ein Aspekt, eine Facette, wie man den Charakter, den man verkörpert oder die Spielwelt, in der man spielen will, eben wie Juli gerade gesagt hat, Tiefe verleiht. Neben anderen Dingen. Man kann es einfach sozusagen als Fundus, als Schatzkiste benutzen. Um, um der eigenen, um den, ja, sozusagen der Rolle, ja, oder dem Helden oder anderen Persönlichkeiten Schliff zu verleihen, ja, dass die im Freundspiel lebhaft rüberkommen, ja, dass die Ansichten haben, dass die an Dinge glauben, ja, dass die Dinge gut finden, schlecht finden, neben, neben Waffen und Geld und was weiß ich, noch anderen Dingen, ja. Die ganzen anderen wichtigen Dinge, die Abenteurer brauchen. Ja, ich würde mich da anschließen und würde da aber noch einen draufsetzen, würde sagen, das ist richtig, das ist aber mehr als eine der üblichen Eigenschaften für den oder die aventurische Abenteurerin, sondern durchaus etwas, was den Charakter auch maximal prägen kann. Also klar kann man verschiedene Stärken von Glauben in seinen Charakter einbauen. So ein Strauchdieb kann gemäßigt fecksgläubig sein oder glühender Anhänger sein. Das wird ihn aber immer dann prägen. Und zwar gerade, wenn der Glaube stärker wird, auch je mehr. Ich habe da immer so ein Beispiel im Hinterkopf, wenn ich mir so einen Schmied vorstelle und der ist halt echt ingerimgläubig, dann hat er einfach schlichtweg andere Vorstellungen im Hintergrund als ein Schmied, der tatsächlich fecksgläubig ist und damit hauptsächlich Gelderwerb oder bestimmte, wenn man das mal so ausspielen möchte, zwielichtige Dinge vorhat, was ja fecksgläubige ganz gerne mal auch in die Hand nehmen. Das prägt den Charakter und zwar sehr, 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 sehr stark. Ich glaube noch stärker als die Frage, wo bin ich als Magier zum Beispiel ausgebildet worden? Also das prägt natürlich die Fähigkeiten, Werte und so weiter. Aber Juli hat es ja gerade schon angesprochen, es geht halt vor allem da um die Tiefe des Charakters, um das, was das Leben bedeutet. Ganz kurz, weil wir sind ja nicht auf die einzelnen Götter eingegangen. Für diejenigen, die die Götterwelt nicht kennen, Ingrim ist der Gott der Schmiedekunst und fecks der Gottes Handelns. Also welche Aspekte geht der Schmied jetzt nach, dem Kunsthandswerk oder will er damit einfach Kohle verdienen? Um uns nochmal ganz konkret an DSA, tja, Publikationen, Regelwerke, was auch immer, Handreichungen anzuknüpfen. Es gibt ja zum Beispiel bei der Heldenerschaffung die berühmten 10 oder 20 Fragen an den Helden, die einfach nur dazu dienen sollen, der Rolle, die man verkörpert über die Werte, über die Fähigkeiten hinaus irgendwie Konturen zu verleihen, einen Schliff zu geben. Solche Personen in Aventurien, die glauben halt an Dinge, die haben Vorstellungen von irgendetwas, die möchten dieses und jenes und die denken dieses und jenes von, was weiß ich, von sich selbst, von anderen, von Göttern, von ihrer Umwelt und all solche Dinge helfen eben dabei, das Ganze so lebhaft werden zu lassen, würde ich mal ganz einfach behaupten wollen oder die These mal so in den Raum werfen. Und bei Charaktertype oder ähnlich muss ich gerade spontan noch an unsere Folge des Meisters denken. Jede Glaubensvertiefung oder jede Charakterzug, die man vielleicht irgendwo im Glauben ausspielt, kann dem Meister auch noch zusätzliche Vorlagen liefern, die er dann anspielen kann. Also, wenn ich als Meister fünf Komplettcharaktere habe, die gar nichts mit Glauben zu tun oder am Hut haben und das gar nicht erwähnen, dann wird es schwierig für den Meister, das irgendwie einzubringen. Aber der eine oder andere gläubige Charakter mit vielleicht einem tiefen Glauben oder mit ähnlichen, das bietet einem als Meister auch viel, viel mehr Spielpotenzial. Gerade in einer Welt, wo es zwangsläufig vorkommt, dass man mit diesem Glauben konfrontiert wird in irgendeiner Weise. Es ist eigentlich unmöglich, DSA zu spielen und nie mit den Göttern, also irgendwie was zu tun zu haben oder mit deren Vertretern. Wahrscheinlich sogar eher noch mit deren Vertretern als mit den Göttern selber. Aber ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei, dass es solche Begegnungen irgendwann mal geben wird. Und dann ist natürlich die Tiefe im Spiel nochmal was ganz anderes, wenn da jemand ein persönliches Standing gegenüber hat und auch wirklich eine ganz gefestigte Meinung, an der man sich aufreiben kann. Geht ja auch beim Rollenspiel ein bisschen darum, Konflikte zu provozieren, damit man ein bisschen Spannung drin hat und ein bisschen Reibungswärme erzeugt. Und dann kann man einen richtig schönen Abend miteinander haben. Superwichtiger Punkt. Götterwelten, Kirchen, alles, was dahinter steckt. sind Dinge, zu denen kann man sich positionieren, ja, als Charakter. An denen kann man sich reiben, ja, an denen kann man sich abarbeiten. Da kann man, ähm, dem kann man sehr negativ als auch positiv gegenüberstehen. Bietet einfach viele Möglichkeiten, ne. Außerdem gibt es ja auch, gibt es nicht auch solche Nachteile und Vorteile wie Prinzipien, Treue oder so etwas, ja. Also es ist ja, glaube ich, schon, äh, angelegt, ähm, sozusagen in der Charakter, äh, Schaffung, dass es, es scheint ja irgendwie schon eine Rolle zu spielen. Gerade nochmal zu dem Punkt von, äh, Pölle eben. Also theoretisch ginge es zumindest ohne große Götter ein bisschen, wenn man in einer abgeschlossenen Waldelfensiedlung spielen würde. Dann würde man hören, die Götter wollen wir nicht, aber das war's dann auch schon. Aber ansonsten hast du natürlich recht, selbst wenn du, äh, bei, ähm, eingeborenen Völkern spielst, die haben dann ihre Tiergeister zumindest und so weiter. Also, äh, übernatürliche Mächte sind sehr, sehr vertreten in allen Kulturen, in Aventurien. Das ist korrekt. Man darf ja auch sich den Dämonen zuwenden. Also. Das wäre der Nächste. Wenn man nicht den bösen Gott nimmt, den namenlosen, könnte man auch noch Dämonen anbeten oder für die, die es hochphilosophisch wollen, äh, sich der Magierphilosophie hingeben, die sagt, dass, äh, Götter eigentlich nur ein Abklatsch oder eine, äh, äh, Manifestation des Glaubens sind. Sprich, glaubt keiner kein Gott. Da. Also gibt's viele Ansätze für jeden was dabei. Und man darf natürlich auch nicht, ähm, sozusagen nicht, nicht, nicht falsch verstehen oder jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass das, was wir jetzt hier nur besprechen, nur für Geweihte gilt, ja. Also in besonderer Weise gilt das, wenn man Geweihte spielen will. Aber sind jetzt, wir sind jetzt hier mitten in dieser Spielerperspektive, ja, angenommen, wir verkörpern jetzt irgendwie einen, äh, Charakter in Aventurien. Dann sind diese Fragen, die wir hier, äh, besprechen wollen, die stellen sich natürlich im Besonderen für Geweihte, aber jetzt nicht ausschließlich, ja. Auch für, hatte Julia schon gesagt, der einfache, Pöller hat's auch schon gesagt, der einfache Schmied, ja, oder der einfache Bauer, wer auch immer, ähm, hat vermutlich eine Idee davon, ja, äh, wie sehr, äh, per Reine der eigenen Arbeit irgendwie gewogen ist, ja, wie sehr sie ihn mit Feldfrüchten versorgt oder wie, äh, wie stark Ingerim dem Schmied irgendwie beisteht, ja, oder hat's, was er, der Schmied fragt sich vielleicht, wenn er zum siebten Mal gescheitert ist bei irgendeinem Schwert oder bei, was weiß ich, irgendeinem, äh, Schild, ob Ingerim ihm denn irgendwie noch gewogen ist oder so. Ja, das sind so alles so Vorstellungen, ähm, die kann man schön einbringen am Spieltisch. Das Schöne ist ja, ähm, dass einem das auch eine ganze Vielfalt an Darstellungsmöglichkeiten bietet, auch den Alltag zu gestalten, so als Charakter. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Bauer angucke, der total abhängig davon ist, dass, ähm, sein, sein Feldfrucht bringt, ja, seine Kürbisernte gut ausfällt, weil sonst im Winter über seine Familie verhungert, dann wird er sicherlich auch Sorge dafür tragen, seiner Meinung nach Perrine gewogen zu machen. Und das kann zum Beispiel durch ein tägliches Gebet, ähm, an irgendeiner bestimmten Stelle passieren, was dann ja in diesem Abenteuer, das man bespielt, auch durchaus durchgeführt werden sollte, ne? Also wenn der jetzt zum Beispiel das Ritual hat, ich mach das jeden Abend, jeden Abend, setz ich mich ganz alleine irgendwo unter eine Eiche und bete zu Perrine, weil ich das jeden Tag so mache, damit ich nicht verhungern muss übers Jahr, dann macht er das sicherlich vor seiner Nachtwache auch. Punkt. Und da kann, das, das trägt im Minimum ein bisschen was zur Buntheit des Abends bei. Im Maximum schneidert die Meisterperson dann vielleicht sogar was draus. Kann man auch schön nutzen, um seinen Mitspielern auf den Nerv zu gehen, wenn man andauert, wenn bringt so ein bisschen, äh, so ein Geschmäckle dann noch, äh, mit rein. Leichte, also keine bösen, keine bösen Spannungen, ne? Aber, ähm, sind einfach so, ich finde so nette Anekdötchen, nette Geschichten, an denen man sich irgendwie reiben, wie reiben kann. Ja, und es ist, und es ist ein Mittel auch, ähm, so extreme Situationen, denen man ja durchaus mal ausgesetzt ist. Wir hatten gerade das Thema Dämonen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Dämonenbegegnung hatte oder so, die nochmal zu verstärken, die nochmal mit Flavor auszustatten, ja, mit, mit, mit richtig schönem Geschmack. Das macht ja was mit einem. Nichts, finde ich, ist, ähm, äh, ist, ja, also es ist sehr schade, ich formuliere es mal so, es ist sehr schade, wenn eine, ähm, eine Heldengruppe zum allerersten Mal einem übernatürlichen Dämonen, einem Zand, einem Kampfdämonen gegenübersteht, ja, denen mit Mühe niederringt und dann sich einfach die Hände an den Hosen abwischt und sagt, so, wo ist der Nächste? Business as usual, genau. Das ist einfach eine vertane Chance. Und da kann Glaube ganz, ganz viel beitragen, ne, ausgespielter Glaube, dass das, ähm, dass das toll wird. Also, wenn dann Rondra, äh, Rondra Recke dabei ist, ne, also wieder das Beispiel von einer konkreten Göttin, Kriegerin, äh, Kriegergöttin des Zweikamms und auch des Schutzes vor eben solchen übernatürlichen Wesen zum Beispiel, dann geht er natürlich damit um. Dann hat er dann einen Bezug zu. Und das macht den Abend wieder ein Stück bunter, wieder ein Stück schöner. Haben wir denn plakative Beispiele für Leute, die jetzt im Thema Rollenspiel noch nicht so lange drin sind? Angenommen, äh, haben wir das Problem, dass wir Vampire, Wehrwölfe und jegliches übernatürliche Kram aus Film und Fernsehen zu Genüge kennen. Das heißt, es ist einfach kein atemberaubendes Thema für Menschen aus dem 21. Jahrhundert. Aber angenommen, wir wären jetzt ein Mensch in den Aventurien, damit man mal so einen Vergleich ziehen kann, wie sehr würde uns denn ein Treffen mit einem Dämon erschüttern und wo könnte der Gewalt da eingreifen? Also, ich denke jetzt einfach mal, der Standard-Deutsche hat vor ein paar Jahren sich überlegt, oh, gehe ich sonntags mal in den Wald? Ich habe gehört, es gibt wieder Wölfe. Und jetzt versuche ich mal die Relation, ich will nicht in den Wald, weil ich könnte einen Wolfszenen zu ziehen mit. Ich begegne jetzt tatsächlich einen Dämon und wie brauche ich den Gewalten danach? Selbst mich aus dem 21. Jahrhundert trotz Rollenspiel würde ein Nebund vor mir stehen im Wald. Also, das würde mich jetzt nicht so locker lassen. Selbst ein Wolf, ein Wolf nicht, aber ein ganzes Wolfsrudel würde mir aber wirklich Angst einjagen. Denn ich mag das ja, als wir es aus Filmen gesehen haben. Also, in der Realität wäre das ja nochmal ganz anders. Und ich glaube, da hilft es auch ein Stück weit, sich einfach bewusst zu machen, ja, wir sind im Rollenspiel, aber wenn ich mich in den Charakter versetze, dann passiert das ja nicht am Bildschirm, sondern in echt. Und sich das am eigenen Leib vorzustellen, also, wie gesagt, so ein Wolfsrudel nachts im Wald. Ich kriege schon Schiss, wenn da ein riesiger Kuhdogger irgendwie zählerflätschend auf mich zukäme. Vier Wölfe. Und wie gesagt, dann sind wir noch gar nicht bei Dämonen. Von daher, wenn man dann so ein Glauben sich heranzieht, aber auch nicht nur in solchen dämonischen Situationen auch, wenn man den Naturgewalten ausgesetzt ist. Da nehmen wir nochmal einen Gott als Beispiel, zum Beispiel Firun, der Gott der Jagd. Und auch im Winter, dass der Winter vielleicht milder kommt. Oder dass eben nicht der Schneesturm oder aktuell, wie wir jetzt gerade hier bei uns den Sturm haben, irgendwie alles zerstört. Da kann ich auch entsprechend gläubigen Tiefe mit reinnehmen. Und wenn da nur ein Spieler dabei ist, der das so ein bisschen anspielt, gibt das ja auch Potenzial, mit den anderen Spielern zu agieren. Und dann, ja, dem Abenteuer, wie du sagst, einfach ein bisschen mehr Buntes zu verleihen. Bis ein bisschen andere Sachen. Vielleicht kommt man dann, ja, schweift ein bisschen ab in dem einen oder anderen, würde das vielleicht sagen. Aber das macht es ja gerade dann so spannend und interessant auch vor allem. Also, da, Mischka, sprichst du eine ganz wichtige Frage an. Es hängt ja auch dann so ein bisschen davon ab, ja, wie, das wird einem ja auch in den DSA-Publikationen öfter diese Frage gestellt, oder es wird einem offen gelassen, ja, wie alltäglich sollen solche Dinge wie Magie und Götterwirken in der, in deinem Aventurien sein. Ja, wir haben uns ja auch letzt, bei der letzten, beim letzten Podcast so mehr oder weniger darauf geeinigt, ja, dass Götterwirken allgegenwärtig irgendwie ist in Aventurien. Ja, vielleicht sollte man nicht alltäglich sagen, aber irgendwie allgegenwärtig. Nur für den, für den Einzelnen, ja, für den einzelnen Charakter, ähm, kann das natürlich ganz unterschiedlich, äh, sein, ja. Es kann sein, dass, also, vermutlich wird in dem Leben des 0815 Aventuriers jetzt nicht allzu oft, äh, ein Gott direkt eingreifen. Also, das ist natürlich auch so Ansichtssache, ja. Also, wie, wie, ähm, wie alltäglich eben sowas sein soll in seiner eigenen, ähm, Spielwelt. Und ich glaube, ähm, da ist es, also ich finde es attraktiv, ich finde es interessant, wenn solche Begegnungen, seien es jetzt Dämonen, Geister, äh, Götter, was auch immer, es muss irgendwie so, so ein Schaudern hervorrufen, ne, sowas irgendwie, da muss irgendwie so ein bisschen Ehrfurcht, ähm, äh, dabei sein. Können wir so auch einen schönen Fachbegriff, äh, ein, einbringen, der, äh, der Begriff des Numinosen. Es muss so ein, so ein Schauer, Schauer dabei sein. Irgendwas muss einen irgendwie, irgendwas sollte einen überkommen dabei, ja. Und wenn das irgendwie nicht so der Fall ist, dann kann man ja versuchen als Spielleiter, ähm, also ohne dass ich jetzt hier irgendwie vorschreiben will, ja, aber ich will nur Möglichkeiten aufzeigen. Wenn das irgendwie so bei den eigenen Charakteren nicht so, ähm, ganz klappt oder so, dann kann man ja, ähm, zeigen, wie das bei anderen Menschen in der Welt, bei anderen NSCs, bei ganz normalen Nichthelden, ähm, wie das da, was das für Reaktionen auslöst, ja, wenn der Bauer jetzt plötzlich, ähm, was weiß ich, wenn vor dem Bauer der Blitz einschlägt oder, äh, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nichts Besseres, nichts Besseres ein, ja, dann, ich denke mal, das wird irgendeine Reaktion hervorrufen und dann kann man den, den, äh, Helden, den Charakteren ja so ein bisschen vor den Kopf stoßen und sie darauf aufmerksam machen, dass es vielleicht jetzt nicht so ganz alltäglich war, was da gerade passiert ist. Also es ist natürlich, wie schon gesagt, nur eine Spielvariante, äh, wem es gefällt, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist oder einfach ein bisschen mehr Dampf irgendwie ablassen will, natürlich könnte man auch, äh, äh, eine Konstantin-Blade-Mischung draus machen mit einem Braios und Okur-Geweihten, die, äh, Wehrwölfe und Dämonen dann massenweise jagen gehen, aber, ja, wie du schon sagtest, der Nicht-Helden-Normal-Charakter, äh, in der dritten Edition konnte man ja, wenn man alles versemmelt hat, immer noch den Abenteurer nehmen, der halt sonst nichts konnte, außer Abenteurern, die keiner der Charakter, äh, Stats gereicht hat, äh, der halt irgendwie das dritte Kind vom Bauer ist, zu Hause nichts machen kann oder wie auch immer, äh, für sowas wird, ob das jetzt ein Blitzeinschlag vor den Füßen ist oder sonst irgendwie göttliche oder übernatürliche begegnen, das wird dir natürlich echt aus der Bahn kegeln. Da denke ich, sind wir uns einig drüber. Ich würde auch das göttliche Wirken nicht unbedingt immer nur ans Übernatürliche hängen. Also, wir haben im Spielkonzept Aventurien die Götter als die Konstante, die die Ordnung der Welt prägt. So, wir hatten vorhin die Göttin Perrine, die eben für die Fruchtbarkeit des Ausgesehnten zuständig ist. Die ist für Ernährung zuständig. Das, was wir Ernährung nennen, das ist das Konzept, für das die Göttin Perrine einfach Patin steht. So, und, ähm, das bedeutet ja im Prinzip schon was im Weltbild des Otto-Normal-Aventuriers, würde ich jetzt sagen. Genauso ist es, wenn wir von Recht und Gesetz sprechen, wenn dann eben der Gott des Rechts Prajos dafür Pate steht. Das ist was anderes, als wenn mir einfach nur irgendein Hans Wurst, der drei Bücher mit sich trägt, sagt, das steht so im Gesetz. Also, für mich als Bauer macht das einen Unterschied, ob da eine göttliche, äh, ob da eine göttliche, ja, Autorität, ob da eine göttliche Gewalt hintersteht, die dieses Recht halt auch umsetzt und auch dafür patisch steht, dass es gerecht ist, dieses Gesetz, auf die eine oder andere Weise. Wie das ist, da kann man sich gerne auch dran abarbeiten. Das erzeugt auch wieder Reibungswärme. Ähm, aber auf jeden Fall macht das etwas mit mir, dass das eben nicht nur der Herr Vogt ist, der sagt, das ist so, sondern, ähm, da steht der Gott Prajos eben für. Und ich finde, das darf man im Rollenspiel auch durchaus, durchaus Nutzen. Durchaus Nutzen, um die Götter eben da auch nochmal stark mit reinzubringen, eine göttliche Ordnung zu etablieren im Rollenspiel, damit einfach klar ist, wenn solche Dinge wie Dämonen und so weiter passieren, dass die halt eben voll aus dieser Welt raustreten. Also, Dämonen sind ja nicht nur für uns, wir hatten jetzt gerade den Vergleich mit unserer Welt, übernatürlich, sondern das ist für die Leute ja da auch so, dass das dem widerspricht, was sie einfach überhaupt jemals jeden Tag leben. Weil es halt eben dieser Ordnung der Götter widerspricht. Beziehungsweise, also diejenigen, die Dämonen überhaupt kennen, das ist ja jetzt nicht, dass jeder weiß, wie Dämonen aussehen heißen und so weiter und so fort. Das ist halt auch schon, äh, Meisterwissen beziehungsweise, äh, Expertenwissen in dem Land selbst, dass diese dann das genaue Gegenteil von dem darstellen, was, äh, meine Arbeit, also ich denke jetzt einfach an einen Bauer, der Motivation davon erfährt, dass er quasi, wie soll ich es nennen, Willenstätiger der Göttin Piraine ist, da er ihr Werk ja ausführt. Pflanzen zum Leben zu bringen und, äh, Leute damit zu ernähren, Gutes zu tun. Also, ist, äh, ein Dämon, ein Widersacher von Piraine auch wieder was, was gegen meine Natur oder meinen Wünschen, meinen Lebensstil ist. Nicht nur irgendwas Böses oder irgendwas Übernatürliches, sondern ich habe direkten Bezug zu mir dazu. Ja, nein, vielleicht. Das war eine Frage. Ja, einfach, war eine These. Wir können auch jetzt, äh, oder ein Gefühl von mir, wie ich sehe. Würde ich grundsätzlich zustimmen. Also, Dämon, wenn man sich die Beschreibung der Dämonen mal durchliest in den, in den jeweiligen Hintergrundwerken, dann wird da sehr, sehr deutlich, dass die aus der Welt gefallen sind. Also, dass die einfach an sich schon wieder Natürlichkeit triefen. Ja, ähm, dass die in ihren, in ihrer Fortbewegung so, 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 so Schatten, so Schlieren hinter sich herziehen. Das, ne, und das, auch das kann man ja schön ausschmücken. Aber ich glaube, für Dämonen, da müssten wir jetzt auch noch mal irgendwie ein anderes Thema aufmachen. Das würde ich jetzt in der Götterwelt vielleicht nicht weiter besprechen. Aber das bedeutet ja im Prinzip, ähm, dass es nicht nur sinnvoll ist, sich mit Göttern zu befassen, wenn man jetzt einen Gewalten spielen möchte. Also, wenn man Gewalten spielen möchte, ist es natürlich meiner Meinung nach Voraussetzung, sich zumindest mit dem jeweiligen Gott und der doch umliegenden Götterwelt auch. Also, es reicht ja nicht nur, sich mit dem einen Gott vielleicht auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil es sonst, ja, wahrscheinlich sehr schwierig. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, ohne mich mit dem Gott auseinandergesetzt zu haben oder ein bisschen mehr, 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 mehr Inhalt mir, ähm, ja, angelesen zu haben, dann einen Gewalten zu spielen. Also, wenn ich jetzt von dem Gott nicht so wirklich Ahnung hätte, dann einen Gewalten zu spielen, stelle ich mir schwierig vor. Aber ich glaube, es ist sogar auch als Spieler, ähm, durchaus, ja, was heißt sinnvoll, möchte ich gar nicht sagen, aber interessant, sich, ähm, in der Götterwelt zu belesen und, äh, vielleicht da und hier und mal reinzuschnuppern, um sich selbst als Spieler zu überlegen, was könnte ich vielleicht davon mit reinbringen. Und umgekehrt habe ich aber als Meister, Meisterin vielleicht eine Gruppe, die so gar nichts damit anfangen kann, dass ich vielleicht als, ähm, ja, während eines Spiels so den einen oder anderen ein bisschen drauf stoße, um sich damit im Spiel auseinanderzusetzen. Das wäre, also, sprich, auf beiden Seiten kann man den Glauben mit ins Spiel bringen. Und wenn man jetzt nicht gerade einen One-Shot an einem Abend spielt und nie wieder mit der Gruppe weiterspielt, gibt das ja ein Potenzial, sich vielleicht für die nächste Session ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen oder so, ja, Punkte zu haben, um, ähm, in die Richtung noch ein bisschen, ja, Sachen mir zu entwickeln, ob als Meister oder Spieler. Also, ich glaube, auf beiden Seiten kann man das machen. Ja, womit fahren wir an? Sollen wir jetzt zur Spielleiterseite, Spielleiterinnenseite übergehen oder bleiben wir noch kurz bei den, ähm, geben wir noch, geben wir ein, zwei, drei Tipps für die Hand. Ja, das wäre doch was, so, wie stelle ich praktisch Glauben dar? Wie mache ich das? Ja, genau. Also, vielleicht könnte, wie stelle ich Glauben dar? Vielleicht ist vielleicht noch, ich weiß gar nicht, ist noch eine Stufe grundsätzlicher, wenn man fragt, wie, wie bringt man irgendwie, wie bringt man irgendwie die, wie bringt man irgendwie die, die Götter, dieses Thema überhaupt in die, in die, in die Welt rein, ohne dass man jetzt selber noch unbedingt so, aber man kann zum Beispiel, also, vielleicht unabhängig davon, wie, wie gläubig jetzt der eigene Held ist, kann man mit so, mit, 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 mit Flüchen oder mit, mit Gruß, mit Grußformeln irgendwie anfangen, ja, ähm. Fluchte Grußformeln. Jeder kennt wahrscheinlich, äh, ähm, ähm, wie sagt man, äh, bei den, äh, bei den, äh, bei den Zwölfen oder, äh, die Zwölfe zum Gruße oder so, ja, so eine Grußformel, die man irgendwie anbringen kann, aber man kann natürlich, also, Götter bieten sich natürlich auch sehr gut zum Fluchen an, ja, also, äh, da man, da lernt man irgendwie so ein bisschen ein, sozusagen ein, ähm, ja, also ein niederschwelliges, ja, niederschwellige Auseinandersetzung mit dem Thema, die man, die einfach so in die Sprache irgendwie einen einbringt, einwebt. Äh, wie sagt man denn, bei uns, bei uns schimpft man ja auch manchmal gerne, äh, Gottverdammt oder so, ja, sagt man ja auch. Solche Äquivalente, ja, so. Entsprechendes gibt's natürlich in Aventurien auch. Hm, hm, hm. Zu Genüge. Effa zum Gruße. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, denn damit outet man sich ja quasi direkt, welchem Gott man anhängt, beziehungsweise vielleicht welcher Profession man nachgeht. Gut, dass ein Händler jetzt fext zum Gruße, sagt, das ist richtig. Wenn dir jetzt aber jemand auf der Straße sagt, dem man das jetzt nicht so ansieht, dann fragst du direkt, okay, ist er Händler oder will er mir die Taschen leer machen? Ja, oder du machst es fluffig, ähm, und beziehst es auf die Situation, ne? Also wenn auf einer Landstraße jemanden, jemand mit Aves zum Gruße begrüßt, ist das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, äh, aufsehenerregend. Sehr gut. Oder wenn die, wenn die Sonne schon wieder unerbittlich brennt, ja, kann man irgendwie so was sagen wie, äh, sich, äh, Prajos, ähm, irgendwie versenkt uns heute wieder mit seinen Strahlen oder, äh, meint es, keine Ahnung. Wenn's zu sehr regnet, dann sagt man Effaort, meint es irgendwie besonders gut heute mit uns, oder? Also das ist so eine ganz einfache Art und Weise, ähm, so vielleicht schon so fast so ein bisschen spielerisch damit, ähm, damit umzugehen. Ich will natürlich nicht sagen, dass jetzt nicht mehr dahinter steckt. Also mit Sicherheit steckt da häufig viel, ähm, dahinter. Finde ich, ist aber ein sehr schönes Werkzeug. Das Smalltalk. Sorry? Ist auf jeden Fall ein schöner Göttersmalltalk. Genau. Finde ich ein sehr, sehr schönes Werkzeug, aber da direkt irgendwie, a, ein Gespräch zu Start, beziehungsweise, äh, ja, auch wenn wir das Thema schon hatten, da in Emersonen reinzukommen. Ich finde, das ist so eine Besonderheit von Aventurien, die mir schon immer sehr gut gefallen hat. Und, dass es so eigene Begriffe für Dinge gibt und dass die Götter damit sehr schnell reingewoben werden. Ähm, mir ging gerade so eine Szene durch den Kopf, ähm, also wenn jemand zum Beispiel so eine Floskel oder einen Gruß benutzt, also man kann sich ja tatsächlich für seinen Charakter zum Beispiel einfach eine Floskel, ähm, überlegen, die man immer und immer und immer und immer und immer wieder benutzt. Und, ähm, ja, bei Swafnir. Ja, es ist einmal gesagt, okay, wenn ich aber irgendwo im Spiel plötzlich, äh, bei irgendeinem Fluch, und ich sag immer bei Swafnir, ja, dann kommt doch irgendwann mal automatisch bei meinen Mitspielern oder bei irgendeinem anderen Charakter im Spiel, ja, was hast du denn immer mit deinem Swafnir oder ähnliches? Wo ich direkt so bei den Göttern bin oder sein kann, ne, und dann kann ich mir als Charakter auch überlegen oder als, also, als Spieler, ja, warum sagt denn mein Charakter immer bei Swafnir? Ist er jetzt gläubig? Also wird er jetzt ein bisschen was von Gott erzählen? Sprich, ich kann nicht im Rollenspiel das Götterwissen austauschen? Oder, ja, keine Ahnung, ja, wir fluchen halt so zu Hause, ist halt so, das sag ich immer so. Und dann, also, Charakterentwicklung kann ich damit auch sozusagen vorantreiben, ne? Ähm. Kommt, glaube ich, da sehr auf die Betonung an, ob es ein Flug ist, ob es eine Zustimmung ist oder ob es einfach wirklich ein Ausruf an den Gott ist, ja. Ja, wenn man es natürlich ein bisschen weitertreiben will mit dem Glauben, ähm, kann man sich ja auch gerne orientieren an gängigen Glaubenspraktiken, die wir hier zum Beispiel aus dem Christentum oder so kennen. Ich hab grad schon von den Gebeten gesprochen, äh, gut, es gibt im Zwölfgötterglauben gibt's auch die, auch die Möglichkeit, Opfer da zu bringen, wenn man in den Tempel geht oder an einem Schrein oder so, oder eben ganz, ganz spezifisch auf die jeweilige Gottheit zugeschnitten, ne? Also wenn man, wenn man vom Totengott Boron, äh, wenn man dem, wenn man da ein bisschen mehr fluffig ausspielen will, kann man zum Beispiel einen sehr wortkargen Charakter spielen, oder wir hatten gerade von Firun, dem Gott der Jagd und des Winters gesprochen, da kann man einen sehr ernsthaften Charakter spielen, ne? Der, der halt wirklich Prinzipien lebt, die dieser Gottheit entsprechen. Und dann eben jeweils auch einzelne Rituale durchführen, die man für thematisch ganz passend hält. Also wenn man zum Beispiel, ähm, wenn man Rondra-gläubig ist, ja, Rondras Wappentier ist der Löwe, wenn man, äh, wenn man darauf Wert legt, dass man dann zum Beispiel öfter mal sich, sich in Stoff kleidet, der mit Löwen verziert ist, ne? Oder, äh, im Rondra-Glauben gibt es, gibt es Blutrituale. Wenn man, wenn man diesem Blut halt große, große Bedeutung beimisst, dann erkennt man da auch durchaus einen ernsthaften Glauben hinter. Muss man aber natürlich dann auch ein bisschen aufpassen. Ich würde da dann immer raten, auch ein bisschen den Hintergrund, vielleicht auch der Rituale noch, noch auf dem Schirm zu haben, damit es halt auch passt, damit es halt auch stimmig wirkt. Weil so falsch platzierte Rituale ja auch so ein bisschen Stimmung eher kaputt machen können. Muss man ein bisschen aufpassen. Also, genau, es gibt unterschiedliche, ich würde auch sagen, es gibt unterschiedliche, das ist eine Art und Weise, ja, wie man Glaube, ähm, oder wie man sozusagen, äh, Götterglaube oder, äh, diese, diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, irgendwie ins Spiel, ähm, integriert, ja, reinbringt, dass man eben solche Riten vollführt. Es gibt ja eine ganz praktische, äh, Art und Weise, wie, ähm, wie man Götterglaube, ähm, auslebt. Und eben, wie gesagt, schon, Pöller hat's gerade gesagt, Gebete. Wenn man, man hält sich in irgendwelche Riten, äh, führt, nimmt an Liturgien teil oder was, nimmt eben am, am Tempeldienst, ähm, teil. Also, ich find's vielleicht auch gar nicht so unsympathisch oder, ähm, so unattraktiv oder vielleicht auch gar nicht so unglaubhaft, dass es halt eben viele Menschen gibt, die machen das, ohne dass da viel dahinter steckt, ja. Personen, die, ähm, äh, äh, das ist eben so eine Form von, äh, Glaube oder vielleicht auch von, von Hörigkeit. Der ist vielleicht nicht so sehr innerlich, ja, nicht so sehr verinnerlicht, sondern der drückt sich eben eher darin aus, dass man so, äh, formell halt an solchen Dingen, äh, teilnimmt. Und man kann ja durchaus einen Charakter spielen, wobei dem da jetzt nicht so viel, äh, dahinter steckt, der sich vielleicht doch gar nicht, ähm, so sehr damit auseinandergesetzt hat, ja, was da jetzt eigentlich da passiert, wenn er da bei so einem Pryos-Gottesdienst irgendwie, äh, teilnimmt. Ja, vielleicht, man kann ja auch Charaktere spielen, die jetzt, äh, vielleicht eher so ein bisschen einfach gestrickt sind, ja, die haben vielleicht nicht so eine hohe Vorstellung davon, äh, was es da so für Halbgötter gibt oder, ähm, wieso der Pryos-Priester das jetzt eigentlich alles darf, was er da macht und so und was es alles soll, die machen halt einfach so mit. Ja, äh, der Pryos-Gewalte, was er sagt, das gilt, ist so. Genau, was er sagt, das gilt halt und wenn man dann den, wenn man den Gläubigen dann darauf anspricht, ja, aber wieso denn eigentlich, dann kommt der vielleicht ins Stottern oder vielleicht dann besteht einfach darauf, das ist jetzt einfach so, das habe ich so gelernt. Der ist halt der Pryos-Priester, Punkt. Der Pryos-Priester gesagt, also es kann ja auch eine ganz, äh, vielleicht eine ganz spaßige Art und Weise sein, wie man, ähm, das Thema irgendwie umsetzt. Und dann gibt's aber, da gibt's natürlich auch noch, äh, Personen, die haben sich wahrscheinlich sehr intensiv, sehr philosophisch, äh, darüber Gedanken gemacht, ähm, vielleicht sollten wir dazu auch noch kommen. So, als ganz konkreten Tipp, man muss ja tatsächlich, um so ein bisschen entweder Floskel-Glaube, nenne ich es jetzt mal, ähm, auszuspielen oder sogar ein bisschen tieferes Glauben, ähm, vielleicht sogar leicht philosophisch oder was dahinter steckt, muss man, glaube ich, als Spieler ja gar nicht so viel für tun. Also ich muss da jetzt nicht, ähm, zwölf Bücher wälzen, äh, sondern tatsächlich, um mal bei DSA 5 konkret zu bleiben, hat man ältere Sachen, hat man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber ich kenne mich jetzt tatsächlich nur in DSA 5 in den Werken aus, reicht es einfach, sich, äh, über die Götterwelt einen Überblick aus dem aventurischen Almanach zu verschaffen. Da steht sehr, sehr viel tatsächlich schon über die einzelnen Götter drin, ähm, und dann hat man als ein einfacher Spieler schon so eine richtig gute Grundlage, um eigene Floskeln, eigene Gebete, ähm, daraus zu entwickeln. Ich kann ja auch, wenn ich jetzt, ähm, gläubig bin, egal welcher Glaubensrichtung, kann ich ja, das ist ja meine Spielfreiheit, Sachen, die ich aus meinem echten Leben kenne, vielleicht auch ein bisschen übertragen. Und, ähm, ja, sie zu sagen, da habe ich ja die Möglichkeit, sie gläubig zu machen, ja, es gibt ja auch Menschen, die irgendwelche Aberglauben im echten Leben haben, das kann ich dann vielleicht irgendwo in Aventurien in Gläubigkeit finden. Gut, da gibt es auch den Aberglauben, wenn ich irgendwie über eine Planke gehe, muss ich eine Münze ins Wasser werfen oder ähnliches, das ist dann schon wieder spezieller. Aber als Spieler muss ich ja gar nicht so, so unheimlich viel tun, weil das klang jetzt so, okay, Tiefe verleihen und dann neigt ja schon der eine oder andere, hat ja nicht immer Bock irgendwie, ja, ich habe meinen Charakter, aber ich lese jetzt nicht fünf Bücher dafür, um meinen Charakter zu spielen, ne. Von nachher, es ist ja gar nicht so viel Aufwand, den man betreiben muss. Als Gewalter vielleicht einen Hauch mehr, ne. Die Frage war ja, wie setz ich jetzt, wie setzen wir als Spieler, ja, und wie setzen Spieler um, dass der Charakter gläubig ist? Ich glaube, da muss man sich eben, ich glaube, man muss sich fragen, man muss sich fragen, was heißt das eigentlich, ja, gläubig zu sein? Und ich glaube, es heißt so etwas, also ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber so ungefähr so etwas wie, man ist davon überzeugt, und das bleiben wir jetzt mal beim Zwölfgötterkult, dass diese Zwölfgötter eben aktiv in das Geschehen auf Dere eingreifen, ja, dass sie Mächte sind, die so, ja, also real ist jetzt ein schwieriger Begriff, ja, aber dass es Mächte sind, die gibt es, ja, so wie es Regen und Sonne und was weiß ich was gibt, und ich kann die, ich kann zu denen sprechen, ja, ich kann die, also nicht beschwören, wie man mit Dämonen beschwört, ja, oder wie ein Magier Dämonen beschwört, aber man kann zu ihnen, man kann zu ihnen beten, man kann sie um etwas anflehen, man kann sie bitten, dass sie einem beistehen mögen, das sind, glaube ich, Dinge, die die Gläubigkeit irgendwie ausmachen, ja, wenn man, da ist, da ist halt etwas an, an dessen Wirkmacht, an dessen, äh, an dessen Macht man glaubt, so vielleicht in diese Richtung. Okay, jetzt haben wir größtenteils den normalen Standard-Aventurier besprochen, wie der seinen Glauben auslebt, aber natürlich gibt es dann auch noch Geweihte der Götter, wie unterscheidet sich's denn da, beziehungsweise muss ich mir da jetzt wirklich mehr zu durchlesen, oder brauche ich einfach nur bessere Fantasie, um dann einfach mal ein Geweihten spielen zu können? Wie seht ihr das? Kann uns ja der Profi bestimmt gute Tipps geben. Also für Geweihte, ähm, ja, wird das Ganze halt noch mal ein bisschen bestimmender, weil Geweihten mit so ein bisschen Glauben spielen, das funktioniert in den seltensten Fällen gut. Ähm, mir ist ganz wichtig, deutlich zu machen, dass für ein gelingendes, immersives Rollenspiel, ja, ein Geweihter definitiv nicht auf der Schiene gedacht werden darf, das ist jetzt ein Magier mit kamalen Kräften. So, ich finde, da unterscheidet sich DSA noch mal deutlich von D&D, wo die M-Phase, also wo die, wo, 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 wo die Stärke einfach darauf liegt, einen, ähm, einen Kleriker so zu spielen wie ein Magier, aber so ein bisschen, aber ein bisschen anders von der Quelle her. Ähm, in Aventurien bist du da eindeutig mit einem ganzen anderen Konstrukt noch sofort verbunden, was sich über das gesellschaftliche Spiel äußert, was sich über deinen eigenen Moralkodex ja auf jeden Fall ins Spiel mit einbaut, weil jeder Geweihte einen strengen Moralkodex einzuhalten hat. Man hat ja von vornherein, glaube ich, die Prinzipien Treue 2 schon, ne, und als Geweihter. Ja, mit dem Moralkodex halt. Ja, genau. Genau. Und, äh, du hast in diesen sogenannten Liturgien, die ja im Prinzip das sind, was, was Gildenmagier als Zaubersprüche benutzen, ähm, hast du Ausgestaltungsmöglichkeiten. Und da würde ich, da würde ich eine ganz deutliche Emphase draufsetzen, dass Liturgien da anders funktionieren. So, äh, als Gildenmagier zum Beispiel ist ein schönes Gegenbild, weil man da eine, weil man da auch eine klare Praxis hat. Da hast du Stimme, du sprichst den Spruch, du machst eine Geste. Und bei manchen Sprüchen brauchst du dann halt auch noch so ein paar Zusatzgeschichten wie einen Abstand. Also ich muss zum Beispiel meinen, meinen Opfer berühren, wenn ich es verzaubern will. Oder wenn ich einen Dämonen beschwöre, brauche ich irgendwie vorher mit Kreide, ähm, ähm, ein Zeichen auf dem Boden. Das sind so diese magischen Dinge. Ich bin immer ein Freund davon, zu sagen, das ist bei einer Liturgie unverfänglicher, weil ich nicht der Urheber dieses Zaubers bin, sondern das ist mehr eine Bitte an meinen Gott, der mir natürlich auch versprochen hat, ich mache das dann wahr, wenn du das richtig machst. So, wenn ich das mitkriege, dann werde ich das wahr machen. Aber das darf in dem einzelnen Charakter auch zu spüren sein, dass ich, ähm, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel einen Prajos-Geweihten spiele, der hat als heilige Tiere, die greifen, dass ich zum Beispiel immer eine Greifenfeder bei mir trage, die ich dann für solche Liturgien benutze, indem ich mir die über die Lippen streiche, zum Beispiel, bevor ich ein kurzes Stoßgebet an den Herrn Prajos spreche und dann, um den gemeinen Bandstrahl auf den Vampir zu schicken, mit der Greifenfeder auf ihn zeige. Also solche Sachen, so kleine Sachen, die das Ganze nochmal anschaulicher machen, die es bunter machen wieder, ich weiß nicht, ich überstrapaziere das heute ein bisschen, diese Bezeichnung, aber es macht das Ganze einfach nochmal, nochmal schöner, nochmal tiefer. Und es bildet halt wieder genau diesen Bezug dazu, dass ich versuche, meinem Gott dadurch ein bisschen näher zu kommen. Dadurch, dass ich eine Greifenfeder von seinem heiligen Tier benutze, bin ich automatisch im Gefühl, Herr Prajos, ein bisschen näher. Kann auch einfach sein, dass ich zum Beispiel Liturgien immer nur bei Sonnenlicht sprechen kann. Wenn ich mit dem Sonnengott handele, dann funktioniert das bei Regenwetter nicht oder so. Das ist eine Einschränkung, die ich mir selber auferlege, um das Spiel nochmal ein bisschen interessanter zu machen. Das hast du natürlich bei Magiern nicht unbedingt so, weil Magier das eher so erzwingen. So die sagen, ich mache alles richtig und dann kommt das am Ende dabei raus. Das ist sehr mathematisch gedacht. Da würde ich halt gerade bei Geweihten immer nochmal Werbung machen, um es anders zu strukturieren. Darüber hinaus habe ich natürlich als Geweihter, ich habe es gerade schon angesprochen, so Nebeneffekte wie gesellschaftlichen Stand. Ich habe immer automatisch einen bestimmten gesellschaftlichen Stand, der dann auch im Rollenspiel durchaus seine Verwendung findet. Wenn ich einen sehr ehrenvollen Geweihten spiele, weil ich jetzt zum Beispiel von Prajos, Gottes, Rechts und der Sonne komme, dann kann ich mich nicht besonders gut in zwielichtigen Milieus umtreiben. Das funktioniert nicht gut. Im Rollenspiel darf das auch deutlich werden. Ich darf zum Beispiel total unbeholfen einfach immer die Wahrheit sagen, wenn ich mit irgendeinem frechen Hintergassen-Dude da verhandle oder so. Und da darf ich auch ruhig mal auf die Nase fallen. Das macht für mich immer nochmal den Geschmack besser in so einem Geweihten. Besonders schön ein Prajos-Geweihter und ein Dieb. Zusammen. Gibt unheimlich viel Potenzial her für Gespräche, Diskussionen. Und tatsächlich kann man dann auch den fünften Kneipenbesuch für sowas dann ganz gut benutzen, wo die Spieler einfach miteinander agieren und nicht nur auf den Meister warten, was da passiert. Also bei Geweihten, anders als bei Magiewirkenden oder Zauberern, die halt scheinbar frei nach ihrem Willen über etwas verfügen können, was wir jetzt irgendwie, weiß ich, Arkane Energie oder sowas nennen, wie auch immer, geht es bei Geweihten eben noch stärker darum, dass da eine Macht ist, mit denen sie irgendwie im Dialog in Verbindung stehen, deren Hilfe sie erbitten müssen und deren Kräfte sie durch ihre Kamal-Energie gewissermaßen steuern, kanalisieren, lenken können. Das heißt, da ist eher viel stärker eine, also das Verhältnis zu diesem Gott steht viel stärker im Zentrum. Es muss gepflegt werden, durch beispielsweise Zwiegespräche oder so, durch Gebete. Man muss sich durch sein vielleicht auch persönliches Verhalten dem Gott irgendwie gewogen zeigen. Man muss seine, wenn man so will, die Sympathie des Gottes irgendwie erlangen und mit ihm auf einer Wellenlänge sozusagen sein. Und dann kann man sich vielleicht, dann kann man hoffen, oder dann kann man guten Mutes sein, dass er auch auf, sozusagen, dass er auch, dass der Gott vielleicht dafür einsteht, was der Gewalte irgendwie vorhat. Auf so eine Weise kann man es vielleicht ausdrücken. Weil das liegt dann auch an mir als Spieler, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Ein bisschen mehr, vielleicht vorab zu überlegen, was man einbringt. Das muss ja nicht nur immer vom Meister heraus gefordert werden. Man kann es von sich aus ja auch Dinge einbringen. Das Schöne ist, und keine Werbung jetzt an dieser Stelle, aber ich finde sie wirklich, wirklich schön. Das sind die, für die einzelnen Gottheiten, die Wadimeka, die es gibt, die definitiv ein In-Game-Story-Gebete, Rituale, Verhaltensweisen, Messen, alles Mögliche, jeden Geweihten an die Hand geben. Und die gibt es ja für nahezu jeden Gott. Ganz spezielle gibt es nicht. Also ich glaube, Rastula, Wadimeka ist mir noch nicht untergekommen. Aber für alle zwölf Götter plus ein Haufen Nebengötter. Ich kenne sie jetzt tatsächlich noch nicht alle, aber so einige, und die sind sehr, sehr, sehr schön aufgebaut, finde ich. Haben auch einige philosophische und tatsächlich auch christlich-religiöse Aspekte mit da drin, meiner Meinung nach. wodurch sie sich aus Parallelen ziehen lassen und die es einem vielleicht erleichtern, sich zu überlegen, wie spiele ich das jetzt aus. Also die einem Ideen sogar bringen können, wenn man jetzt einen Geweihten spielen möchte. Ja, nach dem letzten Tipp von Juli, jetzt nochmal im Begriff der Zeit, würde ich jeden von euch bitten, mal so mit ein paar wenigen Satzen euren Tipp, wie man am besten als Spieler jetzt erstmal Götter für sich mit einbinden kann. Ob jetzt als Geweihter oder als gewaltliche Profession, lasse ich euch mal überlassen. Dürft auch den Gott wählen oder die Situation. Was hat für euch mal gut funktioniert? Ja, keine Scheu, einfach machen. Gebete formulieren, Glaubensleben ausprobieren, wie sich das anfühlt im Rollenspiel. Auch gut immer Vorbilder nehmen. Das mögen jetzt Ingame-Vorbilder sein, vielleicht irgendwelche frommen Personen, die da auftauchen. Das mögen Leute sein, die man so irgendwie in der Welt gesehen hat. Und die sagen, ja, so stelle ich mir einen religiösen Menschen vor. Tut. Berührungsängste irgendwie nehmen. Als Spielleiter sich nicht davor scheuen, als NSC, als Nichtspielercharakter, Geweihte irgendwie auftreten zu lassen. Die dann aber auch, die dann eher sehr nahbar sind, ja. Die den Helden halt, die den Helden nicht zu fern sind, nicht zu abgehoben sind. Der vielleicht, was weiß ich, der Travia-Geweihte, der Waisenkinder speist, oder irgendwie sowas, ja. Oder der Boron-Geweihte, der sich um trauernde Personen kümmert, die einen Angehörigen verloren haben. Oder irgendeinen Geweihten, der Kinder das Lesen und Schreiben beibringt. Und vielleicht so, dass diese ganze Welt so leicht einfließen zu lassen. Also Personen vielleicht einbringen, für die man auch durchaus Sympathien irgendwie hegen kann. Und so dass man so langsam diesem Bereich irgendwie näher kommen kann. Sonst als Spieler, wenn ich meinen Meister ein bisschen herausfordern will, egal wo ich ankomme, erst mal einen Tempel aufsuchen wollen. Das gibt sozusagen dem Meister den Spielball rüber. Hey, da kommt was mit Göttern. Spiel mal was mit Göttern. Mach mal einen Tempel. Da möchte ich vielleicht was ausspielen. Ja, hat mal eine super Situation. Da hat tatsächlich der Meister dem Geweihten, Preius Geweihten, in so einem ganz komischen Dorf, rückständigen Dorf fast schon, die Möglichkeit gegeben, da eine Rede zu halten. Und das wird auf die nächste Session natürlich dann vertagt. Aber das war der Hammer. Das war der Hammer, die Rede. Der hat sich da richtig hingesetzt, was vorbereitet. Ja, also tatsächlich war es aus dem christlichen Glauben, in Preius Glauben dann übertragen. Es ging um Recht und Ordnung und eben nicht nur Recht, dass Preius mehr ist. Ich will gar nicht auf die Details angehen. Aber das sind so eben die Sachen, wo man sich gegenseitig den Ball zuspielen kann. Das ganze Dorf, alle Wirtshause sind leider gerade geschlossen, weil alle sind im Tempel. Oder das ganze Dorf ist auf den Beinen gerade, weil die sind bei einer Beerdigung und dann müssen die Helden da irgendwie dann teilnehmen. Oder vielleicht auch ganz nett. Ja, was für mich immer gut funktioniert, ist, wenn man mandalen Charakteren, also jetzt einem Seemann oder einem Fischer, so ein bisschen die Aspekte mitgibt, für die der Gott steht. Also der Gott des Meeres, es gilt als aufbrausend. Sprich, man dann einen wahrscheinlich auch eher vom Bildungsstand einfacheren Menschen als Seemann spielt, der da nicht insgeheim eine Schulung in gewaltfreier Kommunikation hat, sondern auch wirklich mal so aufbrausend ist, wie der Gott das darstellt. Und das hat schon zu sehr vielen schönen Situationen geführt im Rollenspiel. Ja, gut. Wir sind bei 55 Minuten. Ich danke euch für diese tolle Runde. Und ich habe jetzt rausgehört, wir müssen noch einen dritten Teil machen, aus Meistersicht. Wir sprechen da intern auf jeden Fall nochmal. Am Ende möchte ich jetzt nochmal anfügen, dass natürlich alles, was wir sagen, persönlich immer nur unsere eigene Meinung ist. Es darf nicht als feststehendes Gesetz verstanden werden. Darum bitte ich ganz vehement, auch einzelne Aussagen heute, bitte nicht als D&D-Bashing verstehen oder irgendeine andere Form der Feindbild Genese, also dem Aufbauen eines Feindbildes gegenüber. Von einer anderen Meinung. Sondern, ja, einfach persönliche Präferenzen, so wie ihr eure Präferenzen wahrscheinlich schon entwickelt habt oder noch entwickeln werdet, wenn ihr mit diesem wunderschönen Hobby, dem Rollenspiel und für uns besonders natürlich mit dem Rollenspiel in Aventurien, zu tun haben werdet. Also, vielen Dank, Julikals. Vielen Dank, Emil Beruki und vielen Dank, Pölle, für die schöne Zeit. Und dir da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns zum nächsten Mal wieder bei neulichen Aventurien. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020